Beilung! Ach, Mist! Vorsicht! Na klar, deswegen hab ich ja vorsichtig gerufen. I'm falling for you. Ich bin durchs Meer gefallen. Unten ist gar kein Wasser. Das ist alles fake hier. Und der beschuft sich dieses Geschirr. Ja, ich bin tot. Respawn in 9, 8, 7, 6, 5, 4, falls ich überhaupt wiederkomme. 3, 2, 1. Ah, ich bin wieder da. Mal gucken, wie lange. Ich versuch mich mal ranzupirschen hier. Aua. Oh, ich bin tot. Was? Wo bist du? Wo ist er denn? Hier oben. Da komm ich doch niemals rüber. Guck mal, die opfern sich jetzt. Ich komm da nicht rüber, du. Oh, ich bin tot. Ich hätt's einfach warten können. Aber so ist mehr Action. Mehr Action. Hast du wieder den Wind, die Windmaschine an. Boah, ich das weiß, wa? Ja. Oh, selbst die Raumschiffe fallen ins Wasser. Ist ja super. Der ist über dir. Vorsicht. Ähm. Hui. Ja. Oh, ich bin aus dem Level geflogen. Okay, wir dürfen noch mal. Ich hab das Level von unten gesehen, übrigens. Okay, also mach mal. Ach so. Jetzt bitte aufpassen. Warum warst du tot? Ja, weil ich runtergefallen bin. Ach so. Ja, ja. Mir gefällt's so gut, weißt du. Warte, ich schau auf. Ist doch scheiße hier. Ach, da ist der kleine Tenner. Hallo. Hallo. Kommst du runter? Ich komm hoch. So. Problem gelöst. Ach komm, ey. Ist doch nicht mehr feierlich sowas. Lauke, Hilfe. Ich brauch mit dir locken. Danke, Spann. Schakal erledigt. Ach so, verraschend. 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 Was? Was? Was macht ihr denn da? Ich mach hier Säuberungsaktion. Ja, guck mal, haben wir doch richtig gut hingekriegt, weißt du nicht? Oh. Ah. Thank you. Please. Wo müssen wir hin? Huch. Oh. Oh. Dicke, 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 dicke. Oh. Fuck. Aua, aua. Der ist echt groß, ne? Jäger. 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 Was? Ich mach doch was. Wach gesagt, warum sagst du denn nix, dass er zwei Stück wird? Ich sag doch was. Hab ich doch. Was? Oh, ich habe keine Munition mehr. Und mit keine meine ich null. Ich rufe mal nicht um Hilfe. Was dickes Ding. Weil du nicht um Hilfe gerufen hast, weißt du? Habe ich dich geholt. Bist du schon wieder platt? Ja. Du, habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Waffen mehr habe? Nee, ist kein Ding. Übrigens haben sich jetzt alle drei geopfert, damit ich leben kann. Das ist super. Und du lebst? Ja. Ja, ja, ich lebe. Du, ich suche händeringend Munition, ja. Oh, ich habe... Warte auf sichere Bedingungen, okay. Ich glaube, die sind jetzt gleich sicher. Jetzt sind sie sicher. Das ist, weil wir hier nur einen Auf-Drauf-Gänger machen, weißt du? Ja, das kann sein. Einfach mal runterstoßen. Und warum? So. Jetzt sollten wir ein bisschen taktischer werden. Okay. Okay. Nichts hat... Oh, oh, oh. Und sterben. Okay, der ist tot. Hilfe! Du bist okay, Bale. Okay. Danke. Bitte. Ich habe dir das Plasma geschützt. Oh, 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 ich bin tot. Keiner Boden, Hilfe! Kein Dicken, bitte. Oh, oh. Meine Panzerung blockiert. Oh, und weiter geht's, Rock. Spiel auf den Weinen, danke. Okay, wir haben ihn gleich. Ja, ich habe ihn. Jawoll. Sackgasse, wir müssen wieder hoch. Ach, nö. Ach, du stirbst. Die sind echt süß. Ich will nicht sterben. Dann kommt der Floor. Gebieter, Spartan Lock hier. Hören Sie mich? Spartan Lock, ich bin dein Wächter. Sie schlachten alle ab. Gebieter. Das war nichts. Wir sollten jetzt der Schild des Wächters. Da rauscht der Gebieter. Und wenn wir dem Gebieter helfen können? Werden wir. Aber nicht, wenn wir den Wächter verpassen. Den Schief zu erreichen ist wichtiger. Der Ventilator bei Shigi. Guck mal, hier liegen schon tote Leichen. Was ist denn hier für ein Massaker passiert? Ja. Keine Ahnung, ich gehe mal hier zu Fuß rüber. Weg damit, ja. Liegst im Weg. Aua. Okay, der ist weg. Wo müssen wir denn hin? Der Wächter sinkt. Wie viel Zeit bleibt uns? Wieso sinkt denn der Wächter? Was sinkt da denn? Wo ist der Wächter überhaupt? I'm a big, big girl in a big, big world. Der Wächter steigt empor. Was denn? Sinkt der oder empor der? Okay. Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich renne. Oh, ich bin so was von. 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 Rechts. Nach rechts. Wo lang muss ich jetzt? Nach rechts. Ach da. Dies ist rechts. Nein, das ist andere rechts. Aber was denn? Prometheaner? Krabbler? Äh, ein bisschen überfordert, ey. Hallo, Gebieter! Achso, Entschuldigung. Wir sind fast beim Wächter. Sie können uns nicht mehr aufhalten. Wir müssen uns einen Weg zum Wächterbahn, bevor ihr startet. Äh, das Schlachtfeld ist gar nicht so gut über die Flüge. Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall ein bisschen. Ich brauche Munition. Leg mich nicht mit mir an. Kein Problem. Sag mal, der Typ, der springt mir hier immer in die, ähm, in die Schussbahn. Immer weiter, Assay, wir sind fast beim Wächter. Ist ein bisschen anstrengend, muss ich ja sagen. Ähm, ich bin tot. Echt? Echt? Wo bist du denn? Da drüben. Ja, ich kann mal. Danke. Bitte. Eieieieiei. Eieieieieiei. Die dritte Zündung. Der Wächter wird jeden Moment verschwinden. Wie sollen wir da bitte rüberkommen? Hauptsache der Wächter ist noch da. Wir haben noch Zeit. Alter, was fressen die denn? Krass, ne? Wo bist du? Ich bin hier. Ja. Eieieieiei. Eieieieieiei. Diese Fliege-Funkdinger. Keine Zeit für Diskussion. Auch nicht Irsche wieder. Ja, ich würd den ja gerne. Eieieieiei. Ja, ja, ich... Noch. Ja, 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 ja. Eieieieiei. Meine Fresse. Ich glaub, das ist die Endschlacht, oder? Nee. Keine Ahnung. Ich glaub, wir haben ihn gleich. Oh, ich bin tot. Wo bist du? System ausgefallen. Brauche Hilfe. Oh, ein Hanaka, du stehst nie mehr. Ich glaub, jetzt haben wir ihn. Uiieieieiei. Das Ziel des Wächters. Eieieieiei. Ist aber auch ein hitziges Feuergefecht, oder? Rechter haut ohne uns ab. Es muss ein Weg. Osiris, jetzt oder nie. Ich komme angeflogen. Halten Sie sich bereit. Los! Sind an Bord. Festhalten! Augen auf, Doc. Sie verpassen ja den ganzen Spaß. Die sieht aus, als ob sie gleich stirbt, ne? So alt, so zusammenfallend, so. Dahin sieh ich nicht. Ah! Ah, das ist jetzt Independence Day ist das jetzt, ja. Ist jetzt schon das zweite Mal. Oh, wir zählen also mit. Clark, Sie haben einen Versuch. Wir sind bereit, Commander. Jetzt! Alles klar. Palmer. Was ist Palmer Schien? Wir haben ja bedenkt, was aus ihm geworden ist, aus Teil 1 beginnt, wa? Ja, Gebieter. In die Rolle gezwungen durch diese komischen Tempelfuzzis da. Bürgerkrieg freigeschaltet, okay. Mission 12 abgeschlossen. Eieieieiei. Eieieiei. Magnetstiefel aktivieren. Magnetstiefel? Ach, herrje. Geh auf der Seite eines Wolkenkratzers zu stehen. Oh, krass. Guck mal. Ist ja geil. Finden wir es raus. Spartan Jameson Locke, Sender auf allen UNSC-Frequenzen. Sierra 117, bitte kommen. Wächter bewegt sich. Bewegung. Wir müssen weiter runter, bevor wir sicher abspringen können. Mega. Ah, das ist wirklich fett. Jaja, wirklich fett. Weiter schießen und rennen! Vielen Dank.